Wir wollten eigentlich Interviews zum Spielen machen, aber du bist ja, das ist ja unfassbar. Es ist schön einerseits, aber auch anstrengend. Zweite Halbzeit habe ich gar nicht gesehen, aber es ist wunderschön. Ich finde, die Leute kommen nicht umsonst hier und die freuen sich, dass er zu Hansa kommt. Das ist der große Verein in Mecklenburg-Vorpommern, deswegen muss man Zeit nehmen für die Leute. Die ganze zweite Halbzeit, die Fans zu Hause haben es ja nicht gesehen, standst du in einer Spielertraube von 50 bis 100 Kindern und die Traube wurde nicht kleiner. Du hast nur geschrieben und Selfies gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber was ich gerade gesagt habe, die Fans kommen nicht umsonst. Das ist vielleicht ein Erlebnis auch für die und die müssen dann auch was zurückgeben an die Fans. Und das ist halt schön. Das ist der FC Hansa und Hansa ist der große Verein, das wusste ich. Und das merkt man vor allem noch mehr. Die erste Halbzeit hast du ja gesehen, da sind auch drei Tore gefallen. Aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, die Beine sind noch ein bisschen schwer, weil ihr viel Konditionen bolst gerade, oder? Ja, die erste Woche sind immer viel Konditionen und da muss man durchbeißen. Und heute Morgen haben wir auch ein paar Sprints gemacht. Das hat man schon bei der einen oder anderen gemerkt, auch bei mir. Aber das kommt langsam. Und ich glaube, dass wir am Ende ein gutes Spiel gemacht haben. Auch in der ersten Halbzeit drei Tore. Am Ende, ich glaube, sechs oder sechs Tore, oder? Ja, sechs Tore. Und unterm Strich ist es gut. Und verletzungsfrei, das ist sehr wichtig. Jetzt hast du noch 50 Meter bis zur Kabine. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass du in der nächsten Stunde bis dahin durchkommst. Das sind die Verschaffung. Ich schlängel mich mal hier von der Seite so mit rein. Du hast ja eine ganz andere Frisur, Ritsch. Ich hätte dich ja gar nicht erkannt. Der Bart ist weg, die Haare sind weg. Also wir mussten zweimal hingucken, ob du du bist. Neue Saison, neuer Start, neues Glück, oder wie ist das zu verstehen? Ja, wollen wir hoffen, wollen wir hoffen. Ich glaube, das letzte Mal hat es mir schon Glück gebracht, dass ich den Bart wegrasiert habe. Ich hoffe, dass es diese Saison, dass man wieder Glück bringen wird und ich diesmal aber so bleiben kann. Man hat gesehen, so in der ersten Halbzeit, viele Steckpässe, die so auf dich gespielt wurden, immer durchgesteckt. Und dann solltest du selber abschließen oder nochmal auf John querlegen. War so die Taktik? Ja, so in etwa. So in etwa. Ja, ich bin natürlich dafür da, um zu helfen mit meiner Qualität, die Bälle in die Tiefe. Und ich glaube, heute haben wir es ein bisschen versucht umzusetzen. Ich glaube, da ist die eine oder andere Effizienz noch zu wünschen übrig. Aber ich denke, das wird schon schief gehen dann. Ich weiß auch, warum die nächste Saison deine Saison wird, weil der erste Spieltag gleich gegen Heidenheim ist. Und bei Heidenheim, ich merke schon, da denken die Fans und du genau an diesen einen Augenblick. Ja, natürlich, natürlich. Da freut man sich natürlich darauf. Ist für mich jetzt nicht wirklich ein besonderes Spiel, aber es ist natürlich immer schön, an solche Erinnerungen anknüpfen zu können. Und ich hoffe, dass ich neue schaffen werde. Gut. Und jetzt hast du hier noch ordentlich zu tun, weil die Fans warten schon auf die Autogramme. Viel Spaß. Danke schön. Danke. Sturteo links, rechts, links, rechts, überall. Also das ist ja anstrengend, dass auf dem Spielfeld hier das Autogramme schreiben. Oder wie? Ja, also das Spiel war schon anstrengend. Wir haben schon gut gearbeitet. Aber es freut natürlich, wenn die ganzen Fans da sind. Ist schon toll. Wenn die ganzen kleinen Kinder, das freut einen schon. Und ich glaube, das Spiel hat nur 90 Minuten. Aber ich glaube, hier 90 Minuten, das reicht nicht. So schnell bist du hier nicht weg. Ja, schauen wir mal. Zum Glück ist heute Freitagabend. Wir haben ein bisschen Zeit. Und du hast zwei Tore gemacht. Das freut dich doch bestimmt auch. Ja, natürlich. Das freut einen immer, wenn man für seinen Verein Tore schießen kann. Und dann klappt es auch noch so gut. Ist ein guter Start in die Vorbereitung, würde ich sagen. Aber bei dem einen Ding, einen Kopfball, den du auch noch hättest reinmachen können, hast dich richtig doll geärgert. Ja, natürlich. Man will als Stürmer immer jedes Tor machen. Und dann ärgert man sich auch bei solchen Chancen. Gut, dann viel Spaß jetzt hier noch beim Autogramm schreiben. Nils, erstes Spiel hier für den FC Hansa Rostock. Und bevor wir aufs Spiel zu sprechen kommen, du merkst schon ein kleiner Vorgeschmack hier, was dich an Euphorie hier in Rostock erwartet. Ist schon Wahnsinn, oder? Ja, klar. Ich glaube, wenn man betrachtet, dass wir ein bisschen hierher gefahren sind, dass es ein relativ langer Weg war und trotzdem so viele Leute kommen, so viele Hansa-Fans zu diesem Spiel kommen, wo wir in Anführungsstrichen nur gegen einen Aufsteiger in der Oberliga gespielt haben, ist schon beeindruckend, ja. Das Spiel 6 zu 1, eigentlich ja standesgemäß. Als Torwart will man natürlich nie ein Gegentor kassieren hier in so einem Oberligaspiel oder Spiel gegen einen Oberligisten ja dann auch nicht. Insofern vielleicht so ein bisschen, dass du sagst, ich ärgere mich, den wollte ich nicht fressen. Ja, klar. Also ich glaube, wir hätten nie ein Tor bekommen. Ich wollte ihn nicht fressen, nein. Weiß nicht, Standard haben nicht so gut aufgepasst auf dem zweiten Pfosten. Und dann ist natürlich auch typisch, dass er im Spiel so hinten in den Winkel reinfällt und zu einer bogenlange Fahrt war. Ja, trotzdem glaube ich, haben wir heute einen guten Test gehabt. Bei dir ist auch aufgefallen, du hast häufiger auch mal den Strafraum verlassen, bist vorher weit ein bisschen mit nach vorne gegangen. Bist du so ein mitspielender Torwart? Können wir uns also auch immer einen mitspielenden, mitdenkenden Torwart da freuen? Ja, klar. Ich glaube, man spricht ja gerne über moderne Torhüter und ich glaube, das ist ein Teil, Teil von meinem Spiel, wo ich versuche, der Mannschaft zu helfen, indem ich ein bisschen offensiver stehe, vielleicht den ein oder anderen Angriff vorher schon abfangen kann oder der ein oder andere Flanke mehr abfangen kann. Es ist manchmal ein bisschen Risiko dabei, aber ich glaube, wenn man das Risiko minimiert und dann somit den einen oder anderen Ball abfangen kann, kann man der Mannschaft schon damit helfen. Spielplan ist heute rausgekommen für die neue Saison. Ihr habt als Spieler natürlich auch schon drauf geguckt. Kurze Meinung dazu? Ja, ist knackig, aber aber geil. Also gute Gegner. Ich glaube, darauf freut man sich und ja. Hauptsache am fünften Spieltag gegen den Hamburger Stadtteilverein gewinnen, dann wird euch einiges verziehen. Das kann ich dir schon mal sagen. Das versuchen wir natürlich. Danke, jetzt noch viel Spaß hier. Jens, erstmal schön dich hier lebend und wohlbehalten zu sehen, nachdem wir uns hier 100 Meter durchgekämpft haben. Tausende Interview, Autogramm, Fotowünsche. Also du bist wohlbehalten hier und wir können uns jetzt vielleicht ein bisschen auch sportlicher konzentrieren. 6 zu 1 gegen den zukünftigen Oberligisten Dynamo Schwerin gewonnen und so dein Gesamtfazit zum Spiel. Bist du zufrieden oder bist nicht ganz zufrieden? Ja, grundsätzlich bin ich schon zufrieden. Also weil wir gerade auch in der Anfangsphase, wo wir eine gewisse Frische hatten oder noch eine Frische hatten, dann eben auch wirklich guten Fußball gespielt haben, gut kombiniert haben, schöne Tore erzielt haben. Hinten raus in jeder Halbzeit hat man dann schon auch gesehen, dass es heute in dieser Woche die zehnte Einheit war und wir schon ein großes Programm auch abgespult haben in dieser Woche und deswegen war das völlig normal, dass dann halt dann kommen Fehler dabei dazu, Fehlpässe, Ballverluste, wo du dann hinterher laufen musst und wo du dann auch vorne nicht mehr ganz präzise bist und die Bälle auch nicht so ganz so weg machst, wie sie das vielleicht machen können. Aber das ist ja auch normal in der Vorbereitung. Da muss man sich dann halt auch mal durchquälen und gerade auch die Läufe zurück haben die Jungs ordentlich gemacht. Also da hat man dann jetzt niemanden irgendwie ziehen lassen und sondern auch dann versucht nach den Fehlern die auch auszubügeln und dann halt auch diese Meter noch mal zu gehen und insgesamt zu hören. Stand jetzt, Ende zweiter Woche, bin ich eigentlich zufrieden. Einmal haben wir dich von oben sehr unzufrieden gesehen, hast du auf deine Oberschenkel geklopft, das war beim Gegentor. So ein Defensivstandard, das hat dir gar nicht geschmeckt? Ja, das ist natürlich immer eine Möglichkeit auch für eine unterklassige Mannschaft mit relativ einfachen Mitteln, sprich Standard, den Tor zu machen und dass wir dann halt das kriegen, ist immer ärgerlich, weil du willst dann schon noch gern zu Null spielen. Aber ja, es war ein guter Ball überlang. Ich glaube, Benno war ein bisschen zu kurz, hat dann nicht so richtig Zugriff geblieben und wie Nils jetzt positioniert war, müssen wir uns auch nochmal angucken. Ja, der fällt natürlich dann hinten rein, also ein bisschen ärgerlich. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das Tor hat sich Dynamo Schwerin noch verdient. Die haben das schon ordentlich gemacht und immer wieder versucht und viele schnelle Leute vorne, die dann halt auch immer wieder versucht haben, auch hinter unsere Kette zu kommen. Und deswegen ist das auch mit dem Gegentor auch in Ordnung. Ja, die Fans freuen sich ja nicht nur auf die Mannschaft, wie man hier gesehen hat und auf den FC Hansa. Die hatten sich auch gefreut, alle Neuzugänge zu sehen, aber waren ja gar nicht alle da. Warum waren die noch nicht hier? Ja, das ist halt oft so, dass die Neulinge bei uns natürlich manchmal schon noch Probleme kriegen, jetzt muskulär. So ist es dann eben doch. Bei Morris ist es halt ein bisschen eine unglückliche Aktion gewesen. Er ist auf dem Sprenger ausgerutscht, hat sich dann ein bisschen was in die Kniekehle reingezogen. Aber Kai und Patrick haben so ein bisschen muskuläre Probleme. Die sind jetzt seit zwei Tagen draußen. Das dauert natürlich immer so. Alle anderen Jungs, die jetzt schon ein bisschen länger bei uns sind, die ziehen es eigentlich ganz gut weg. Aber die werden auch, ich denke mal, nächste Woche wieder einsteigen ins Training. Und dann können wir uns auch auf die Jungs freuen, wenn sie auf dem Platz stehen. Du wirst mir sicherlich gleich sagen, jeder Gegner in der zweiten Liga ist ein schwerer Gegner. Wenn ich mir aber das Auftaktprogramm des FC Hansa Rostock angucke, das ist schon richtig knackig, was uns da erwartet. Definitiv. Die ersten fünf Mannschaften sind ja alles so. Teams, die jetzt sagen wir in der letzten Saison oder in den Jahren davor eigentlich immer dafür gestanden haben, ganz oben zu spielen. Und deswegen, das wird eine sehr ambitionierte Aufgabe. Aber irgendwann hättest du so oder so spielen müssen. Jetzt kommt es am Anfang dazu. Bei allen Mannschaften gibt es ein paar Veränderungen. Ab jetzt in Heidenheim beim HSV und die müssen sich auch erst mal finden. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir sie eigentlich am Anfang bekommen. Und wir sind der FC Hansa Rostock und wir sind auch sehr schwer zu schlagen. Definitiv. Das sehen wir jetzt auch, wenn wir gegen unterklassige Mannschaften spielen. Wenn du eine gute Organisation hast und einen guten Matchplan, dann ist es immer schwer, dann auch so eine Mannschaften auseinanderzuspielen. Und wir haben jetzt dieses Jahr Erfahrung. Natürlich, das nehmen wir mit. Und wir wissen, dass wir natürlich auch jede Mannschaft, wenn wir einen guten Tag haben, auch schlagen können. Wir freuen uns auf die Saison. Danke. Danke.